Es war einmal in Drehbach und warum die nackten Jungfern weiterhin nackte Jungfern bleiben werden. In Drehbach gibt es ein paar junge Leute, die ihre Freizeit nicht in der elterlichen Wohnung vorm Computer und auch nicht im verqualmten Jugendclub verbringen wollten. Sie schufen eine Skulptur aus Schnee, die sie liebevoll Pimmelchen nannten. Als sie ihr Werk sahen, freuten sie sich sehr. Viele vorbeifahrende Autofahrer waren von Pimmelchen so angetan, dass sie anhielten, es bestaunten Fotos machten und sich mit den jungen Leuten freuten. Hallo, kann denn mal jemand die Schaufel wegräumen, bitte? Doch der Gemeindeverwaltung war dieses Prachtstück ein Dorn im Auge. Gemeinderat Manfred Fickau bezeichnete es als geschmacklosen Gag. Und die Gemeindesprecherin Manja Titlowitz erklärte aus der Amtsstube, der Penis stört im Verkehr. Aha, der Penis stört also im Verkehr. Somit erging eine Anweisung an den Bauhof. Und Bauhofchef Roland Musch erteilte seinem Mitarbeiter Johannes Sack den Auftrag, das Pimmelchen zu entfernen. Als Mann der Tat bekannt, rückte Johannes Sack mit grobem Werkzeug an, um der Skulptur zu Leibe zu rücken und sie zu entfernen. Was er dann letztendlich auch mit dem Schneepflug machte. Er hatte jedoch Mitleid und machte aus dem Pimmelchen ein Stummelchen. Und die Moral von der Geschichte, die nackten Jungfern werden weiterhin nackte Jungfern bleiben müssen, wenn sich nicht jemand findet, der dem Pimmelchen wieder zu seiner Steifigkeit verhilft. 2-3-2-2-2-3-2-5-1. 1-3-4-1. 2-3-2-4-2-1.